Musik 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 Auf dem Weg zum F.T. Ich würde gerne sagen, dass ich den Weg schon lange nicht mehr gegangen bin. Aber ich war zufällig gestern dort, also diesen Weg bin ich gegangen, weil Barisch auf einmal gesagt hat, Jungs Treffpunkt V.A.F.T. für eine Pokémon Tour. Ich weiß, ihr hört nicht gerne über Pokémon, aber wir waren gestern wieder unterwegs. Barisch Fahrer, verrückter Fahrer. Wenn ihr sehen wollt, wie ihr fährt und was für verrückte Sachen ihr macht, dann schauts auf unseren Pokémon Channel vorbei. Ich wollte noch ein paar, es kommen so fünf Sternen, Tentacha, Carpador, so scheiße. Oh Gott. Es ist auf Kamera. Oh mein Gott. Kein Kommentar, man. Ihr müsst wissen, ich bin nicht der sicherste Fahrer. Ja, das ist die von meinem Vater. Auf jeden Fall lang nicht mehr diesen Weg gegangen, außer halt gestern. Tati, schaut auf, vorbei. Nico ist da. Schauen wir mal. Hoffentlich wird es eine lustige Runde. Ihr seht, wir haben Yu-Gi-Oh! noch nicht aufgegeben. Ich habe ernst angebracht, um die Jungs zu überzeugen, mal wieder FT zu gehen. Jedes Mal, wenn ich das Thema Yu-Gi-Oh! anspreche, richtig tot bei denen. Jungs! Es wär ernst schlimm! Oh mein Gott, was geht ab, Jungs? Wer ist das, Mann? Das ist auch nicht, Mann. Pokémon GO-Brüder, Mann. Oh mein Gott, was geht ab? Was geht ab, Jungs? Es geht ab, Jungs! Oh mein Gott, was geht ab? Was geht ab bei euch, Jungs? Nichts! Was geht bei dir? Ja, ist echt tot heute. Seitdem TBT weg ist, alles tut. Wir hatten eine Vorbildfunktion und jetzt haben wir die Leute enttäuscht. Doch, viel besser. Ich war aber jetzt auch vier Wochen nicht da. Warst du im Urlaub? Ja. Aber hier ist es schlecht. Niko, ich habe schon ernsthaft nicht mehr gesehen. Seitdem wir weg sind, ist er ernsthaft geworden. Aber so, Dig, kommt doch raus, Mann. Ja, ich weiß, aber da spielt doch dann jeder, Mann. Da kommt diese Dings raus, Dig spielt dann jeder einfach überall drin. Was heißt überall drin? Ne, Mann, neben Buster. Was heißt überall drin? Das spielt dann aber nur den einen, dann dreimal, oder? Oder was spielst du da? Ich habe doch so ein verrücktes Metal Force-Deck gesehen mit Zodiac drin. Oh mein Gott, bist du noch aktuell, Tati? Ich kenne mich nicht aus, Leute. Oh mein Gott, Tati! Der Interesse ist immer noch da, nicht? Nein, das ist einfach langweilig. Das schaue ich mir YouTube einfach an, Leute, weißt? Und dann passt das schon. Aber alles viel zu teuer geworden, Mann. Alles viel zu teuer. Das ist ernst. Man kann auch durch, man kann auch solche mit Cosmos spielen. Du gleich spielst mal, wenn jeder nur einen Deck spielt. Ja, aber wenn du dich darauf vorbereitet, bist du der Beste, Mann. Dann bist du allerbeste. Ja, wenn 2 zu 1 spielen, was wirst du dich da vorbereiten, ne? Du spielst besser als dein Gegner einfällt. Ja, okay, Mann. Aber das heißt, wenn ein Deck das Beste ist, dann ist es zu klasse. Dann kann er dich einfach so besiegen, wenn er noch ein... Ja, aber was soll ich mal so sagen? Die ganzen Leute mal wieder gut sein, und nicht so ein Scheißhofen wie alles passiert ist. Jetzt sag ich mal, gibt es immer eine Weltliste, die wir haben hier oder... Nika, seit einem halben Jahr, ohnehin kam einfach keine. Seitdem wir aufgehört am Kamer? Irgendwie so ein Kamerad im Ende ist. Konami hat gleich keinen Bock. Wir haben immer ein Format verpasst. Ich hab echt kein Format verpasst. Echt? Ihr habt kein Format? Da geht es die ganze Zeit wieder. Ja, aber nur neue Karten verpasst. Ja. Ja. Überall zahlen, ja. Wir sehen hier, Nico gegen die Track-Brüder. Aber er hat keine Chancen. 4,5 und 4,5 und 8,5 und 10. Ja, sicher. Mach doch mal Taschleiter lieber. Zeige Ahnung. 5 oder so. 2 und 3,50. Wah, die müssen es nicht die haben. Nein, die? Achso, die Knoten. Das ist scheiße, kannst du mir Geld geben für die? Ja, wir fehlen aber keine Sehnen, kein Fallpreis. Oh mein Gott! Kausch mit dem Karten immer anders. Gib mir halt 8 Euro. Kausch mit den Karten immer anders. Ja, 8. Ja. Ja, 8 Euro. Aber gibts mir 16. Was 16? Gib mir 15. Gib mir 15. Wieso hessest du die Jäger? Gib mir 15. Oh mein Gott! Nichts! Wie ist das so schlecht passiert? Gib mir 15. 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 Pendle wird wieder gut. Was? Pendle wird wieder gut machen. Wow. Ich glaube, ich bin engstauern. Schon windig, windig mit der Regen. Schau mir, ich bin vergoren. Ich weiß schon mal. Was hat das? Pendle wird end haben mit dem Morgen. Was? Was? Es kommt neue Pendle-Karte raus. Und dann sind die wieder klasse, was? Wie kattet der? Wieso? Wieso? Ich will so gekattet. Ach so. Ich bin doch so heftig. Ich bin kein Trader, Mann. Die brauche ich jetzt, Mann. Du brauchst einen Minus, wenn du so ansteigst. Warte, Mann. Die müssen eins nach dem anderen, Mann. Erstmal muss ich die loswerden, damit sie tief bekommen werden. Das wird alles kaputt. Gib mir, Alter. Oh mein Gott. Look at her. Was? Was? Dass ich das Geld von da an das interessiere, Mann. Es geht dann noch nicht selbst hin. Ja. Ein Euro mehr für mich. Ja, genau. Sag du, ein Euro weniger. Ja, sag du, ein Euro weniger. 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 Keiner psychisch speziell. Er muss ein Euro mehr hier sehen. Hier. Hier. Zyklon, ein Euro weniger. Ja. Hey, Zyklon nur 10er. Ja? 10er, Mann. 10er, Mann. Ja. Hörst du ruhig? Hörst du diese Arme? Hörst du diese Arme? Hörst du ihn doch, Mann. Hörst du ein TBT? Oh mein Gott. Mehr als 14 Euro, mehr als ich, Mann. Digga, 15 Euro, Bro. Was sagst du, Nico? Zu Terrem jetzt? Hey, zu dir. Du musst dir die Sache jetzt tun. Ich kann nichts entscheiden, weil dein Geld geht in seine Kasse, Mann. Ich kann nichts entscheiden. Aber ich habe nichts damit zu tun. Du kannst einen Euro mehr draufgeben, Mann. Nein, Mann. Du schießt mir eh noch 50 Cent, Mann. Dann machen wir die 50 Cent. Hey, Mann. Wieso schieß ich die 50 Cent? Dann machen wir die 4 Euro, die wir 50 Cent nicht rausgeben können. Ja, stimmt. Ja, 50 Cent nicht rausgeben. Da einigen wir uns in der Mitte, Mann. Ich weiß nicht. Ich stelle es einfach mal. Oh mein Gott, Tati wird gelockt. Tati ist verpürt. Nein, im Hals. Dreh mir eine Runde. Das ist eine tote Runde, Mann. Die haben schöne Posse hier aufgehängt. Ja, okay. Das ist schöner geworden. Die Alten, Mann. Der war echt schon richtig alt. Das war ernsthaftig geworden. Oh mein Gott. Alles klar. Oh mein Gott, Minus Müller. Sogar er ist noch gekommen, Mann. Der war nie weg, Mann. Doch, Mann. Der war ein Fenster. Ach, ist ja nicht. Wo ist Anton, Mann? Was geht ab? Was geht ab, Mann? Minus Müller. Das ist wie Scheiße, ey. Super Omega ist. Endsteuer geworden. Mein Gott, die Verlockung ist echt zu groß, Alter. Oh mein Gott. Anton, was geht ab? Das ist nicht der Fall. Lange nicht mehr gesehen. Anton, der Kasse. Der Kliespieler. Der Kliespieler, Mann. Der Kliespieler, Mann. Was spielst du zur Zeit, Anton? Ehm... 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 Tati sagt, er kommt zurück. Das war zu krass. Große Ankündigung. Große Ankündigung. Tati kommt zurück. Nein. Du hast es gerade gesagt. Ich habe gesagt, eventuell. Oh mein Gott. Ich habe es gerade echt aufgegeilt. Aber echt, man. Ja, so wog ich die Decklisten. Oh mein Gott, Cosmo, ich bin zurück. Neue Deckliste, man. Neue Vanliste, ja, man. Neue Format. Wir müssen alles nochmal ausgetestet werden. Wir haben auch immer gewusst. Ja, aber wir haben ja... Du hast keinen Arm überlegt. Du hast schon geschehen. Was? Oh mein Gott. Niko Ents überheblich geworden. Nein, nicht überheblich. Aber du kannst nicht, keine Ahnung, so einmal spielen und dann... Das habe ich ja nicht behauptet. Habe ich ja nicht behauptet. Du hast bei einem Turnier gespielt. Und das rief Ents krass, obwohl ich nicht mehr spielen konnte. Stell dir mal vor, ich hätte es noch 100% beherrscht. Ich hätte euch alle vernichtet. Hast du dich gedroppt beim Tour? Ich habe doch alle gewinnen lassen. Ach so. Okay. Ich habe doch alle gewinnen lassen. Jetzt wissen wir es mal. Tati hat alle gewinnen lassen. Und danach waren wir ja dann noch auf Pokemon Tour, man. Den auf der DM hat doch gewinnen lassen. Weil er nicht mit Eclipse angegriffen hat. Nicht Eclipse. Wie heißt der? Die Pro Gamers hat den auch nicht nehmen lassen, Alter, man. Ich weiß nicht. Ja, Mann. Da hat der ihn auch gewinnen lassen. Das war das Schlimmste. Das Schlimmste. Das Schlimmste. Ja, sie greift nicht an. Es war zu krass. Spontan ist Real Talk. Ja. Buchen und Bruder. Das ist ein Film von mir. Zeigst du. Ich komme gleich ab und aus. Der wäre es 15 Euro und der neue Haar. 50. Das ist ein Film von draußen. Jeder, der merkt. Das hat mich gegen die Begründe aus. So hast du aufgehört. Wie ist das? So hast du aufgehört? Ich habe nicht aufgehört. Ich bin jetzt aufgehört. Du warst immer da. Du warst immer da. Oh mein Gott. Die letzten FD Samstage da warst du nie da. Natürlich. Nie. Ja, da muss ich was ausgehen. Du glaubst, warum kommen auch Götter? Weil er keinen mehr gefunden hat, den ich mit ihm drehe. Oh, Mann. Merz. Werden wir immer dabei. Merz. Er musste auch Merz und auch Kevin umschwenken. Wo warst du? Die zwei waren da. Aber wo warst du? Ui. Ui. Ich habe davor. Ich habe davor. Ernstchen gemacht. Ernstchen. Wieso warst du nicht mehr? Ja, aber ich hatte viel zu tun. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich hatte auch viel zu tun. Kann ich auch sagen. Du warst auch da, Mann. Du warst auch da, Mann. Ich war da. Du saß daneben und hast zugeschaut, wie ich mit dem Threat wieder was gemacht habe. Warte, war ich da? Nein. Nein. Du warst zweimal, Alter. Das weißt du für mich. Siehst du, die Fans wählen sich auch zu Wort. Ich war zweimal da, Mann. Du kannst einfach nicht ertragen, dass du dran schuld bist. Chong, du, alle. Ihr labert über den Champion, dass er tot ist. Aber ihr habt es auch für nichts gemacht, dass er... Schiedsrichter. Schiedsrichter. Alles gut. Ach so. Ja, klar. Du kannst unter der Woche immer was machen. Ach so. Deswegen ist es ja so geil. Ja. Aber wann hast du irgendwie... Wann kamst du zum Testen in den Turnieren? Nie. Nur ich und Chong waren die Einzigen, die zu Turnieren gefahren und getestet haben, die gescheite Decks haben. Ihr wart hier, ihr wart hier im FD, ihr wart hier im FD und habt einfach keine Videos gemacht. Ich und Chong waren die Einzigen, die die Decks hatten, die testen konnten, die über Strategie, du wusstest doch gar nicht, was die Neuen kamen. Ach so. Das ist klar. Und jetzt war ein super Sarb Jahren. Was? Nein, zwei. Das ist gar nichts. Du kannst das, das kann einen nicht... Du kannst... Du kannst ihn noch mal einblenden quasi Karten könnten. Wir reden noch nicht von den letzten Wochen, wir reden noch von den ganzen letzten Wochen. Sein Wissensstand war genauso hoch wie von Badisch, Mann. Und von Badisch war sein Wissensstand von Gravekeeper. Oh, shit! Badisch hat trotzdem auch wütend gemacht. Aber ihr habt so gelabert, dass ihr euch den Checker seid, aber dann habt ihr trotzdem... Ja, aber strategisch hat das gar nichts gebracht, weil hier nicht auf dem aktuellen Stand war es. So, und bei ihr auf der aktuellen Stand war es, habt ihr es aber trotzdem nicht in deinem Video eingestellt. Wie ist dein Aus? Ja, ich war da. Er war da gewesen. Ich war da gewesen. Trotzdem ließ es gemacht. Die letzten Wochen. Ihr tut so, als wäre der Chat so kaputt gegangen. Aber die Wahrheit ist, hättest du auch den Fans sagen können, Hey, sorry, wir waren schuld, wir haben den Scheiß nicht weitergeführt und wir konnten nicht fertig. Aber ich und Chong sind zurückgekommen. Es war vielleicht eine Pause, aber hier war es komplett weg. Nach der Pause, nach der Pause hättest du mehr machen können, aber dann kam von ihm gar nichts mehr. Wir können doch mal nachschauen, wann von dir das letzte Video war. Was? Wir können doch mal auf YouTube nachschauen. Ja, wir können ja gerne nachschauen. Wann von dir das letzte Video war. Ja, schauen wir nach. Ja, es hat nichts mit dem... Es hat nichts mit dem Problem. Aber es geht doch darum, sag ich mal, dass wenn wir Videos machen, man hat ja gemerkt, zum Beispiel, dass ihr gar nicht auf einem aktuellen Stand seid. Zum Beispiel, du warst schon keine Ahnung. Ja, also ein Punkt mehr, dass die Videos hätten machen können. Ja, aber hier haben sie auch... Aber dann war es euch ja eigentlich egal. Es kam auch immer die Frage, warum wir Videos machen? Ja, aber man muss ja auch unterscheiden, ob du dich irgendwie so vorbereitet bist, wie es im Hintergame ist, wie die Karten sind und so weiter. Wie du einfach so herkommst und einfach quatschst, ohne Ahnung zu haben. Ja, mach doch sein. Aber warum habt ihr dann keine Videos gemacht, wenn ihr so krass wart? Ich sagte, es gab vielleicht eine Pause, aber wir sind zurück. Du warst doch da im FC. Was? Du warst doch da gewesen. Was hast du... Was? Du warst nicht da und hast keine Videos gedreht. Auf wen? Und hast du nur alle Videos gemacht oder was? Nein, ich war in der Zeit nicht da, weil ich fast jedes Mal in der Arbeit musste. Nein, man, aber Videos drehen ist das eine, aber ihr habt es ja auch aufgehört. Ja, man. Die Pokémon GO, man. Und wer hat das? Doch, man. Wird so eine Pokémon GO jetzt? Das Pokémon GO ist kein Mannschaftssport. Ja, deswegen sag ich ja. Ja, es ist kein Mannschaftssport. Ja, aber ich... Jürgen, du weißt doch gar nicht, was du eigentlich erzählen willst, ja? Ich weiß genau. Nein, weißt du recht? Einzelgänger von Lifetime. Nein, du weißt recht. Du kannst diese zwei Sachen nicht vergleichen. Es ist so. Von? Kürgen. Alex. Ich weiß nun mal... Oh mein Gott, Alex! Alex, du will einfach... Pokémon GO hat alles zerstört. Alex, das sehe ich schon. Unten durch, Mann. Toll halt, Alex! Hier, dann wäre es vielleicht was anderes, aber es ist ja klar, wenn man hier nur kommt, keine Ahnung, Quatsch, keine Turniere mehr spielt und so, dann verflacht das Interesse. Das ist ganz logisch. Wir sind tot, wir kommen nie zurück. Nie wieder. Das ist das letzte Video auf diesem Channel.